Valentina Pade, 27, genießt ihren Urlaub in vollen Zügen, etwa als Single? Die GZSZ-Darstellerin lernte 2021 bei Let's Dance den Ex-Fußballer Rurik Gislason, 34, kennen. Obwohl die beiden ihre Beziehung nie öffentlich bestätigten, sah man sie öfters tuteln zusammen in der Öffentlichkeit. Doch seit Februar machen Trennungsgerüchte die Runde, weshalb es so aussieht, als ob Valentina momentan als Single-Lady ihre Zeit in Griechenland genießt. Ist Rurik nun wirklich Geschichte? Valentina verbringt gerade einige schöne Tage gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Cheyenne Pade, 27, auf der griechischen Insel Kos. Dort setzt sie sich immer wieder gekonnt in sexy Bikinis und stylischen Sommeroutfits in Szene und heizt ihren Fenster mit ordentlich ein. Offenbar genießt sie die Sonne nun ohne Rurik, denn ein Freund des einstigen Profikickers verriet gegenüber Bild, die Chemie zwischen beiden stimmt nicht mehr. Mittlerweile folgt die Beauty dem Isländer sogar nicht mehr auf Instagram. Zwar war die 27-Jährige zwischenzeitlich schon nicht mehr unter Ruriks Abonnenten zu finden, jedoch folgte sie ihm kurze Zeit später wieder. Doch nun wirkt es so, als würde Valentina die Bilder des Ex-Sportlers endgültig nicht mehr in ihrem Feed haben wollen. Zwar war die Die Endgültigkeit Zwar war die